heute spontan habe ich nur einen honda verkauft er hatte heute zeit dann habe ich bescheid gesagt er kam aus der nähe auch hat sich gleich angeguckt und direkt gekauft ja morgen wieder abgeholt die melden ihn jetzt an holen ihn dann direkt ab perfekt bin ich den noch los hier da steht ja doch nur ein wenig ich bin jetzt auch hier gerade aktuell so ein bisschen meiner lieblingsbeschäftigung sachen hin und her stehen das liebe ich ja irgendwie habe jetzt meinen viehwagen da reingestellt den weizen ist ja sowieso abgedeckt und dann den viehwagen reingestellt akku war leer ich weiß nicht wo ich stehen geblieben bin naja von 40 prozent auf nur das momentan diese kälte mögen meine akkus nicht so gerne ja der fan steht aktuell dort aber ja das müssen wir jetzt noch mal sehen der schwader der so den ihr kennt mich ja das ist ja wieder ein tolles durcheinander das muss immer gerne sein sonst bringt mir das ja keinen spaß ja hier wollen wir gleich ein bisschen aufräumen aber erst mal wollte ich die gülle pumpe die gelenkwellen alle dort dran setzen und einmal abschmieren das bietet sich jetzt ja an ja damit der denn nachher in die rundbogenhalle vielleicht kann da war ein größenunterschied ich meine so für 200 ps mehr kannst du auch nicht meckern dafür mal abgesehen dafür hält sich der dx gut dagegen ja so schwader habe ich hinter gebaut der soll hier zum einen raus so man nicht besser an die ballen rankommen weil hier die mulge steht eigentlich hier sehr gut und ja wenn der schwader da rauskommt habe ich viel mehr platz bin aber jetzt schon in 17.06 draußen so da soll er jetzt ja rein mal sehen wie das am schönsten klingt ich hoffe ich kriege den hier raus wegen dem fan mal sehen so brome weg da das ist ja schön dass der gelenkt ist sollen wir nur nicht mit dem schild am reifen hängen bleiben nee das sieht gut aus dann fahr ich jetzt einmal eine ehrenrunde dann komme ich gleich hier wieder vorwärts hin also ich habe hier hinten mein platt schon mal aufgeräumt so halbwegs die ecke bin ich auch froh wenn wir die hier aufgeräumt haben sobald das dann wieder wärmer wird geht das hier auch der restliche holz und so und das soll dann alles gesät ich weiß auch nicht naja so ist das das ist ja nicht immer gleich alles so wie man das gerne haben würde und wenn der streifen da das ist ja auch geil obwohl es auch immer schön ist da rauszunehmen ja mal schauen wie das noch wird also wir haben noch viel vor hier aber auf jeden fall will ich hier meinen platz größer haben dass man hier ohne bedenken wenden kann das ist mir sehr wichtig ohne weg da von der höhe sollte leicht hier reinpassen das ist so wahnsinn wenn man eine kamera in der hand hat ist dann so ungelenk wenn der noch so nach hinten verzehrt ist und dann nach vorne gucken muss wegen dem frontlader und da wollen wir jetzt so dicht wie möglich an die wand dachte ich soll ich gleich noch die gerste wegnehmen diese reste da das sind ja nur was für missthaufen da kam ich hinten nicht ran weil da noch so viel stand das habe ich jetzt schon alles nach vorne gefegt und dann kann ich diese ganze reste dann auch gleich weg nehmen so 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 der ist schon mal angespannt soll ich gleich neue heckscheibe zu machen weil sonst hast du dann Heckscheibenkiller wenn du die hochhebst ich habe noch überlegt ich werde auch da oben eine kamera installieren dass wenn man rührt kann man das im trecker sehen was im behälter passiert ne ich werde jetzt einmal den laufen lassen gucken ob der propeller so dreht ähm jetzt nicht viel weil ich will noch Öle wechseln und 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 das ist jetzt nur einmal zu Testzwecken ne das läuft ja schon mal gut dass jetzt da oben die Kette geschlägt vom Gelenkwellenschutz die habe ich noch nicht fest aber sonst läuft ja noch richtig gut da ist jetzt tausender Zapfwell im Standgas ich habe mir jetzt hier hinten auch schlimmer vorgestellt muss ich ehrlich sagen boah das ist schon mal ok dann wollen wir mal gucken ob alles heht so 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 ist er ganz ausgefahren und dann kann ich natürlich noch die Schlepperhydraulik hinzunehmen ich weiß jetzt nicht wie wir jetzt so wie viel Meter wir haben aber Moment ich klappe mal schnell mal meinen Sollstock aus ab zufällig mal einen auf Tasche so jetzt sind wir hier auf zwei Meter da müssen wir noch ein ordentliches Stück höher aber er ist ja ganz unten ne du hebst ihn ja noch an das sollte wohl klappen im besten ist ja weiß ich auch nicht wenn ich jetzt hochhebe kommt der Turm ja ganz schräge dass man da einen hydraulischen Oberlenker ransetzt jetzt probiere ich noch mal gucken aber da werden wir wohl wieder weg kommen hoffe ich so ich probiere das jetzt einfach mal ob ich über den Pott wieder weg komme selbst ja wie gesagt der fällt jetzt ein bisschen hier rüber mal sehen dann wissen wir mehr Bremse lösen auf jeden Fall muss der Oberlenker ordentlich was länger aber das kriegt man ja hin Hauptsache der geht über den Pott genug muss man da noch irgendwie aber das ist auch blöd der muss es überall haben aber wir gucken mal was der nun sagt heben tut er doch jetzt hier schon mal das ist schon mal gut denn war das Railsteuergerät denn ich weiß noch gar nicht das hier ja so dann gucken wir mal ja so sieht das ganze jetzt aus wenn der Turm jetzt gerade ist ne das ist ja knapp muss ich ehrlich sagen könnte könnte ich glaube der Torz kann das nicht mehr die Oberlenker ne die Unterlenker noch höher drehen ne der kann das nicht mehr hier haben wir alles fest verschraubt der andere kann das der 616 dann kann er noch ein ganzes Stück höher heben dann wird es auf jeden Fall geben beim 616 ja also das kriegen wir zu Recht ne gegebenenfalls müsste der mal andere Hubstreben haben aber vielleicht passt das auch wenn ich den Oberlenker jetzt länger drehe aber es wird dann sehr knapp ne also 20 cm kriege ich ihn auf jeden Fall noch höher mit den Hubstreben also wenn ich die kürzer drehe ne ja und sonst habe ich auch noch den 300er ne aber das wird ich meine es geht ja nur darum dass die Gelenkwerke quasi da oben nicht aufliegen der Rest der biecht den ja über ne also das klappt also das denke ich das sollte auch genau hier mit klappen ja also da sehe ich schon gut was drin aber vielleicht wären hier noch andere Hubstreben schön dass der das auch dran also ich denke das wird dann eher der 616 erstmal machen ähm ist ja auch nun egal wenn wenn ich jetzt rein theoretisch am Gülle fahren wäre wenn ich ein Kleinwagen kann der das hier oder der der Fend eben ne der 616 hat keine Druckduft der ist ja so oder so über quasi wenn jetzt Gülle fahren wäre dann wäre ja nichts für ihn was er machen könnte also kann der 616 das ja auch leicht verrichten ja also das wird schon was werden Gott sei Dank Junge Junge aber es ist trotzdem natürlich eine knappe Nubbern ne da kann man machen was man will aber es geht ja ne ich würde ihn jetzt nicht in die Gülle lassen ähm weil dann ist er voll mit Gülle da habe ich jetzt aktuell jetzt gerade keine Verwendung für der passt doch wohl noch perfekt hier zwischen ne nimmt nicht mal Platz weg ideal weil der Platz wäre jetzt sowieso über ähm so ein Schwader nimmt immer ja blöd viel Platz weg hinten viel und vorne nimmt quasi nichts ne der Ideal ne wie gesagt der ist hier ja weil der gar nichts mehr jetzt gemacht hat hat er keine ordentlichen Hubschäben dran also nur noch für ein bisschen also Spritz und sowas kriegt der ja alles gar nicht hinter deswegen hat er diese Verstellung nicht mehr das haben wir festgebolzt noch ähm damit ja nichts passiert ja genau werde ich nochmal nach anderen aufgucken erst der das auch kann das ist nicht so wild ne aber so bin ich schon mal begeistert ne wenn das nochmal beim äh 6 16 oah dann schmutze ich wieder 616 ähm ausprobieren aber er hebt ja erstes ein ganz kleines Stück höher ich kann die Hubschäben also 20 cm müsste das auf jeden Fall bringen ähm noch höher dann komme ich da auch locker überweg ne aber es ist wie gesagt eine enge Nummer da braucht man sich nichts vormachen und dann soll er nachher auch noch diese Schwimmschicht kaputt kriegen also ich bin echt sehr gespannt ob das alles so äh funktioniert wie ich mir das am Ende vorstelle so dann kommt der jetzt auch rein hier erst mal auf jeden Fall mal sehen wie der stört aber solche Maschinen haben nicht gut draußen stehen die beiden Anhänger die sind mir relativ egal ne aber so die die bisschen teuren Sachen können gerne rein also alles kriege ich auch nicht rein aber ich hab den Platz und kann den ja eben so gut nutzen gleich hier noch die Reifen stapeln dann wäre das dann wäre das dann wäre das auch die oder die hoch ich weiß noch nicht Ah, der kommt schön zur Seite, das gibt doch Platz, ja. Ideal. Perfekt. So, jetzt wollen wir den Holzwagen ganz da ran fahren, den anderen Wagen daneben. Das ist gut, ne. Da ist der 606 am schönsten für das, das ist ein bisschen wendiger, das da alles so hinzubekommen, wie man das will. Kommen wir nochmal zum Gülle-Mixer. Also ich hatte es mir tatsächlich mehr vorgestellt, aber natürlich, ich hätte gesagt, 4 Meter hebt ja ein 3,80 Meter. Aber das fehlt schon. Also da sehe ich häufig kein Problem. Also momentan sehe ich da kein Problem, dass ich da ordentlich mehr wegkomme. Weil er knickt ja, wie gesagt, erst, weiß ich nicht, fährt sich 50 Zentimeter weiter rein. Also quasi, er kommt ja über den Pott und da hat er erst den Knickpunkt. Also wenn der Turm gerade steht und ich komme überweg, der knickt da auch nach unten. Das ist gar kein Problem. Es soll nur schön überweg kommen. Aber das sollte so funktionieren. Wir werden sehen. Versuchen, macht jemand klug oder wie sagt man? Das gefällt mir schon besser. Morgen werde ich hier das Vlies noch zusammenlegen. Ich habe noch zwei mehr, die sind noch in der Halle. Die sollen auch zusammengelegt werden. Ja, aber hier kannst du jetzt ja wirklich problemlos mit einem 40 Tonner drehen. So. Ja klar, da machst du Spuren, aber vor allem vom Platz her. Ich meine, den Platz kann man ebenso gut nutzen. Deswegen würde ich ja auch im Sommer da die Furt frei machen, dass da die Silobahnen eigentlich stehen können, ne? Das wäre ideal. Das ist ja das alte Pott, wo die Rinder liefen, damals hier raus. Ne? Ne, ist es ja nicht. Da ist ja nichts. Kann man ebenso gut so verwenden. Anstatt, dass das da am Reet untergeht, ne? Da hat der 7060 jetzt eingenisset. Und ja, daneben ist immer noch Platz. Und der 610er kommt jetzt hier noch mit rein. Dann habe ich sogar noch Platz für einen Trecker mehr. Ja, können wir noch einen kaufen. Oben in der Werkstatt Wurm 616, da ist ja noch Platz. Wenn der jetzt hier reinpasst. Aber eigentlich müsste der das. Dann wird die doch alle schön weg. Das ist ja ganz so ein Lauf. Mega. Und dann habe ich so meine wichtigsten Maschinen jetzt tatsächlich drin. Aktuell ist ja noch der Besen draußen. Hätte ich noch Platz für drin auch. Ja, die beiden Anhänger, gut. Die sind mir jetzt nicht so wichtig. Und die ganzen Mähwerte dann. Ja, ne? Sind da sowieso alle kaputt. Da weiß ich noch nicht, was damit passiert. Aber sonst ist alles drin. Los, richtig gut. Mega. Ja. Und hier kommt ja auch noch viel mehr Platz, ne? Die soll ich jetzt auch noch Stroh wegnehmen morgen. Herzelage da. Ja. Also da dreht schon. Siehst du wohl. Zack, jetzt ist es auch wieder dunkel, ne? Ja. Aber ich bin froh, dass das jetzt alles drin ist. Und ich da hinten schon mal zum Wenden und so richtig Platz habe. Heute ist die neue Heizplatte, diese Glasplatte, da für den 3D-Drucker gekommen. Dann komme ich da auch nämlich weiter, dass ich jetzt erstmal das Teil für den Joystick mache. Und dann den Rest vom Lenksystem. Ja, dann kann das nämlich auch vollendet werden. Und dann gehen wir auch erst beim Sitz bei, weil das Lenksystem muss gerne sitzen. Wenn der Sitz nichts fehlt, dann ist das so. Weil jetzt sind wir im Februar, dann geht das ratzfatz. Oder noch sind wir ja nicht ganz im Februar 25. Aber es ist ja so gut wie Februar. Das geht nun ratzfatz. Also wirklich. Die wollte ich auch noch raus haben, meine Gewichte hier. Dass die schon mal runter kommen. Das müssen wir dann irgendwie mit Vlies abdecken. Und das wird dann auch noch ein bisschen kompliziert. Aber ja, das wird dann auch bald gefüllt. Mit Beton. Ich wollte jetzt hier noch so schöne Aufkleber machen. Wo haben wir die? Hier. Ja, das sieht auch richtig gut aus. Wirklich. Hier so runter. Ne. Aber das ist alles nur für die Seite. Nicht für die andere. Sowas Behindertes. Ja, und jetzt habe ich geguckt, ob man das kriegt. Aber irgendwie finde ich nichts für die andere Seite. Ja. Scheiß. Ja. Wäre das nichts. Du kriegst was. Aber dann kostet das hier nochmal. Was waren das? Irgendwie 50 Euro oder so. Und das ist mir zu viel. Nur für diese zwei Streifen. Ne. Weil du dann immer ganze Rollen abnehmen musst. Und ja. Ja. Ich dachte nur, es würde echt gut aussehen. Aber muss ja gerne dann auch rechts und links sein. Tja. Ist wie es ist. Gut. Das war es dann auch zu diesem Video. Mal ein bisschen kürzer glaube ich. Denke ich mal. Habe ich auf jeden Fall so ein Gefühl. Ähm. Ja. Bin froh mit dem Mixer, dass das schon mal alles so funktioniert. Ähm. Ja. Dann sehen wir nochmal, ob er dann ordentlich schön über weg passt. Also nach meinem Gefühl sollte das leicht gehen. Dann sollte sogar noch Spiel sein. Ähm. Ja. Gerade wenn. Mit dem 610er wird es nichts werden. Also da braucht man sich nichts vormachen. Und so mit den Hubstangen wäre das nichts. Das ist zu knapp. Da rattert das nur drauf und so. Aber mit dem 616 sollte das funktionieren. Also mit dem 70 nur 6. Ähm. Der wird zu niedrig werden auch. Also da. Braucht man auch nicht dran denken. Ne. Aber 616 das sollte klappen. Ja. Und. Ja. Ja. Wenn der den ganzen Tag erläuft. Ich weiß das ja beim Gülle pumpen beim Masster. Der hat hier von morgens bis abends durchgelaufen. Da. Ähm. Wenn er das auf tausender Welle packt. Mit ein bisschen Gas nur. Dann nimmt er nicht viel Sprit. Also wenn es hoch kommt. Nimmt er ein viertel Tank. Ne. Ein 100 Liter Tank drin. Ähm. Also das kann vom Spritverbrauch nicht so viel. Äh. Werden. Das Einzige ist es für mich. Das ist ja mir das auch wert. Die Arbeit. Das in Gang zu kriegen. Also die. Äh. Vom Lohnunternehmer. Die standen hier letztes Mal. Puh. Lass mich lügen. Zwei Stunden bis sie das richtig in Gang hatten. Bestimmt. Ne. Ich hoffe ja diesmal ist es nicht so dick. Da kommt ja jetzt ja auch noch was oben drauf nochmal wieder. Ähm. Ja. Wollten wir gerne damit das ein bisschen von oben wieder durch haut. Ja. Und dann kriegen wir es schon. Mal sehen. Ich bin da sehr gespannt ob das damit klappt. Also es muss klappen. Ähm. Andere machen das auch. Aber es dauert auf jeden Fall einen Moment länger. Wie mit so einem teuren. Da braucht man sich ja auch nichts vormachen. Aber mir geht es ja darum eben. Nicht dass der günstiger läuft oder so. Darum geht es mir überhaupt nicht. Ähm. Dass ich Geld spare. Es geht mir darum dass er länger läuft. Damit er sich nichts absetzt. Ich bin da ein Fan von. Ich mag das. Bis zum Ende vom Güllefahren. Am liebsten laufen lassen. Ähm. Damit da sich nichts irgendwie noch absetzt. Weil das wird immer mehr. Immer mehr. Und irgendwann kannst du es ausbackern. Das kostet so viel Geld. Das wollte ich mir wirklich ersparen. Und das ist eigentlich so. Der Sinn von diesem Gülle Mixer. Bei mir. Also. Um ersparen es. Braucht man nicht drum reden. Ob der sich nach. 5 Jahren oder 10 Jahren rentiert. Ist mir eigentlich echt Banane. Hauptsache er hier durch. Und er macht seinen Job. Das ist für mich eigentlich nur das Ausschlaggebende dabei. Ja. Den Rest sehen wir. So. In dem Sinne. Macht's gut. Ich hoffe das Video hat euch wieder gefallen. Wenn ja. Gebt gerne einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal.